Sollte man den Job wechseln oder macht eine berufliche Veränderung überhaupt Sinn? Das sind wichtige Fragen, mit denen sich jeder persönlich auseinandersetzen muss. Ich hatte jetzt nicht ganz vor einem Jahr mit diesem Thema zu tun und möchte euch aus diesem Grund in diesem Video meine persönlichen Gedanken zu diesem Thema mitteilen. Im Wesentlichen spielen für mich vier Faktoren eine ganz wesentliche Rolle. Der erste Punkt ist der respektvolle Umgang im Team. Der zweite Punkt ist die direkte und schnelle Kommunikation. Der dritte Punkt betrifft das lösungsorientierte Arbeiten. Und der vierte und letzte Punkt ist die persönliche Entfaltung. Der respektvolle Umgang im Team ist für mich ganz besonders wichtig. Aus diesem Grund habe ich meinen Ort gesucht, wo ich auf Augenhöhe und partnerschaftlich mit meinen Kollegen zusammenarbeiten kann. Das Umfeld hat dann einen enormen Vorteil, nämlich dass Kritik und Anregungen nicht einfach ignoriert oder schnöde abgewunken werden, sondern jeder Punkt wird diskutiert, bewertet und schließlich kann man dann auch Maßnahmen ableiten, die dem gesamten Team zugutekommen. Ist so ein professioneller Umgang miteinander nicht möglich, würde ich mir überlegen, mich vielleicht nach etwas Neuem umzuschauen. Die Grundlage für das respektvolle Miteinander legt aus meiner Sicht die schnelle und direkte Kommunikation. Aus dem Grund habe ich bei meinem Arbeitgeber auf kurze Kommunikationswege geachtet. Ob die auch so funktionieren, merke ich oft schnell daran, ob meine Anfragen oder mein Anliegen auch zügig beantwortet wird. Wird mir dann geholfen oder bekomme ich vielleicht einen Tipp zur Selbsthilfe, ist alles einwandfrei. Werde ich dann allerdings mit meinem Problem allein gelassen, spiegelt das nicht so ganz meine Sicht auf eine harmonische Kommunikationskultur wider. Wenn in einem Projekt irgendwo ein Problem auftritt, interessiert mich in erster Linie nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ein Problem ist nichts anderes als ein Ereignis, das zeigt, dass irgendwo im System eine Lücke ist, die es zu schließen gilt. Und mir macht es auch viel mehr Spaß, an einer Lösung zu arbeiten, die das System robuster macht, als nur irgendwo ein Heftpflaster aufzukleben. Wenn also in einer Firma lediglich Fingerpointing auf jemanden betrieben wird und der Fokus verloren geht, das Problem einfach zu lösen, stelle ich mir persönlich die Frage, ob der Wille zur Verbesserung überhaupt noch vorhanden ist. Ich persönlich arbeite sehr gerne in einem Unternehmen, in dem ich auch wachsen kann. Es gibt so viel zu lernen, was auch der Firma dienlich ist. Beispielsweise kann man den Umsatz steigern oder auch Kosten reduzieren, die angefallen sind. Wenn der Arbeitgeber dieses Mindset unterstützt, ist das sehr gut. Macht er Einschränkungen, sollten diese auch gut begründet sein. Wenn sie bloß temporärer Natur sind, ist aus meiner Sicht alles in Ordnung. Wenn man jedoch dauerhaft in Konflikte gerät, kann es sein, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschiedliche Vorstellungen oder unterschiedliche Ziele haben. Dann sollte man sich gut überlegen, ob man den Weg weiterhin gemeinsam gehen möchte. Dann soll man sich gut überlegen, ob man den Weg in Konflikte gerätzt. Untertitelung des ZDF, 2020